Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau! Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaub, das liegt an deinen Klamotten da. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer. Tschüss. Ja, der hat... Nein, nein! Sekunde mal! Der hat echt einen am Knall, Junge. Er ist echt... Ja, was denn? Es ist nur... Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen... Oh, ja. Ich wünsche es mir nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Ja, dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Oh mein Gott! Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dalgelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Checks bezahlt. Unterschrieben von... Raten Sie mal! Genau von diesem Alan! Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser seine Rechnungen bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel! Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt. Und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe. Okay? Klar, mache ich. Ja, der hat echt ein Rad ab, der Typ. So was, wir betätigen jetzt nochmal den Hebel. Alan! Und nochmal! Er checkt es lang. Dann will man es nochmal. Und nochmal! Merkt das jetzt? Okay, dann betätigen wir nochmal. Yeah, Alan ist wieder da. Jemanden, der sowas anhat, fasse ich lieber nicht an. Alan! Genau. Äh, Alan? Ja? Hm. Das könnten wir nicht sagen. Ja, ähm, genau. Wow. Äh, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her. Lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey! Wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch. Du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht. Der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass wie immer jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Den... Wen? Den verdammten Echsen Illuminaten. Ich musste ihn ver... Ah, ja. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein. Selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarmte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich habe es dir doch erklärt. Er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay. Und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ach, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war es eigentlich. Ellen! Habe ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Okay, ja, ähm... Illuminati. Das ist doch mal ein gutes Stichwort hier. Ich finde das echt so geil, was hier alles mit eingebaut ist. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati. Ja? Tja. Das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, verstehst schon. Die Illuminati. Düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Ellen! Ja, genau. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß. Du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Wir reden später weiter, Ellen, ne? Läuft. Wir reden später weiter. Ellen! Genau. Soll ich jetzt erstmal wieder die Musik ändern hier. Ellen! Jetzt ist Robert wieder da. Ähm, Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden sie? Ist schon gut. Ich weiß jetzt viel mehr über den Vogel. Hm. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, hab ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich wie's ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Äh, wie? Hm, naja, wie soll ich sagen? Das ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Psst. Fangen Sie ganz von vorn an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Ellen. Motherfucker. Ellen. Wieder dieser Ellen. Das war's. Wenn der Wichser krieg will, soll er ihn haben. So, so gern ich da auch zusehen würde, wir, wir sollten nichts übereilen. Genau, das denke ich auch mal, denn es wird langsam hier ein bisschen kritisch mit diesen verrückten Typen hier in diesem Wartezimmer. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Ellen vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie in siamesischer Zwilling oder so? Ähm, nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Ähm, eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine, Ellen verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Ellen zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du dich nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Ellen, mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha! Der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Ja, also der ist auch echt irgendwie ein bisschen bekloppt oder so. Ich muss mal los. Na denn. So, was machen wir denn jetzt? Nochmal hier einmal rumfuchteln? Ellen! Genau. Da bin ich wieder. Großartig! Ellen! Okay, ähm. Ja. Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Ellen! Gut, das will ich auch. Der ist echt bekloppt, der Typ, Leute. Also das kann ich euch echt sagen. Der hat echt einen an der Klatsche. Hey, Junge. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Ja. Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber... Was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar. Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Alles klar, wir sind da mal weg, ne? Alles klar. Bin da mal weg. Folge immer deinem Herz. Alan! Er ist echt bekloppt, der Typ. Oh, er bewegt schon mal die Augen. Hey! Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Ja, ne? Was für ein schöner Tag, ne? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Na ja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott. Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Seh dich doch mal an! Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf. Reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Ja, aber mal im Ernst, ne? Ein toller Tag, toller Tag, ne? Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Äh, ja. Kann ich mir mal den Telefon für eine Sekunde leiden? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? M-m. Nein, nein, danke. Komm schon, Robert. Ich klau dir den Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Hattest du eine Kamera? Hattest du denn eine Kamera? Äh, ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein Scheiß-Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Hm, das wär's dann mit Plan B. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leiden? Also, ich werde Ihnen sagen, wenn Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können, wenn Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können.